Eintracht Frankfurt vs. Hass Eine konsequente Haltung gegen Rassismus und Antisemitismus bundesweit Unterstützung und Anerkennung von Fans anderer Clubs erhalten. Da sind Fans, vom 1. FC Kaiserslautern, Kickers Offenbach, Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern oder Hertha BSC darunter, die in ihren Schreiben eines immer ganz besonders betont haben, in den Farben getrennt, aber, in der Sache vereint. Zusammen zeigen wir klare Kante, sagte Fischer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Freitag Ausgabe. Auch bei den Anhängern der Eintracht gebe es eine große Zahl an Menschen, die, mir gezeigt haben, das richtig ist, worauf ich Wert gelegt habe. Viele Menschen sind bei Eintracht Frankfurt Mitglied geworden, weil sie mich und meine Position mit diesem Schritt unterstützen wollen. Fischer Fischer Sie müssen mir eines versprechen, hören Sie nie auf. Machen Sie weiter. Nehmen Sie alle Kraft dafür auf und lassen Sie Dinge nicht wieder geschehen, wie ich sie in meiner, Familie und meiner Schule erleben musste, habe ein älterer Mann zuletzt in einem Supermarkt zu Fischer gesagt. Fischer